Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, neben mir ist Jengis und es ist der, glaube ich, erste oder zweite Weihnachtstag, es ist mir scheißegal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Sympathisch. Ich wünsche euch trotzdem alle natürlich einen beschissenen Tag. Jengis, schön, dass du hier bist. Dein Hund, der jetzt ja mir gehört, hat dich jetzt erstmal gebissen, als du hier warst. Ja, das stimmt. Was hast du mit dem gemacht? Äh, ich wollte den rammeln, deswegen, keine Ahnung. Antworten Sie, ja! Hab ich doch. Gut, ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns einfach gemeinsam hier jetzt noch wunderbare Memes an. Äh, heute, Unusual Memes Compilation V67, äh, da kann man sicherlich drüber lachen, oder? Jengis, ist es nämlich Lachen Challenge? Wer lacht, der kriegt eine Strafe. Wahrscheinlich. Äh, man muss sein Haus verkaufen. Haus? Ein Haus. Oder sein Haus. Sein Haus. Hast du schon eins? Ja, ich hab eins. Okay, gut, dann wirst du das jetzt verkaufen müssen. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. 3, 2, 1 und go. Bitte. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! What if it didn't make the noise? Oh nein, das macht jetzt Spiegel auf. Ha 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 ha! Es ist ja so einfach, Alter, da mit einem spitzen Gegenstand einfach drunter gehen, damit es abgeht. Ja, egal, 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 egal. Die reißen Spiegel an. Aber es hat immerhin in den Klo gelandet, weißt du, oder? Relativ entspannt. Oh nein, das ist ja so. Ich weiß nicht. Hey, Martin, du bist dafür mit dem Ding. Wuuu! Hohoho! 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 Was? Hä, was? Oh nein. Ey, wer war das? War das DJ Khaled? Ich weiß nicht, aber das ganze Publikum hatte richtig Angst. Guck mal. Da ist Minecraft Musik. Stark, stark, stark. Er ist verstanden, er ist verstanden. Ja. Wie unangenehm, du singst ja auf der Bühne mit und dann fängst du einfach an zu rappen, Junge. So ist ja, das sind ja auch viele in Deutschland bekannt geworden. Junge, dieses unnötige VFX. Beste Chiropraktiker, oder? Ganz ehrlich, Alter, da fühlt man sich definitiv wohl, Mann. Ja, das ist so. Ist das dumm. Pocanon. No. 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 Aber Sneaker, siehst du an, was hat er vor? I know, was du machst. No. Er pisst. Jujo. Alter. Alter, einfach meine alte Klasse von früher. Grow a giant Croc. Crocodile. Ok. Man kann das ja so wachsen lassen im Wasser. Nee, schon, extra. Krass, wer fasst denn seine Nudeln so an? Warum, was ist das für ne Schau, wo, in den fucking USA, Alter. Oh nein, oh nein, und ab dafür. Ich hatte auch mal so ne Tastatur, die sind sau nervig halt, wenn man streit, ne. Die beißen halt auch, das ist sau stressig, Alter. Echte Gamer. Damit es schwieriger ist. Deshalb bin ich immer so schlecht im Fortnite gewesen. Nice, mehr Minecraft Musik. Oh nein. Das sind Matratzen, oder? Ja, okay. Don't fucking look at me. Oh, don't you do it. Einfach alles kaputten ist im Badezimmer, feier ich, Digga, auch meine alte Schule. Ja, weg, wo soll man so etwas sehen? Ja, Dubai, Alter, wahrscheinlich. Stell dir mal vor, du fährst mit nem Löwen in dein Mercedes, Alter. Stell dir mal vor, der flippt dann da drin aus. Stell dir mal vor, du hast nen Mercedes, Alter, wie krass. Weil wir reich sind. Yeah. Oh mein Gott. Das muss so heftig weh getan haben. Macht man das auch, Alter? Was soll? Warte mal. Was? Er ist eine Windschatten halt. Er ist eine Windschatten und kann halt mitfahren deshalb, das ist so ein Ding. Genau. Genau. Oh mein Gott, bye. 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 Okay. Ja. Ja. Noch rein? Noch rein? Bleib. 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 Was ist das für ein Spiel, Alter? Was ist das für ein Spiel, Alter? Oh mein Gott, wie gern ich das machen würde, Alter. Wie nice, Junge. Oh mein Gott. Stell dir vor, deine Ex-Freundin hat neun Freunde und dann ist das er einfach und der steht bei dir am Fenster und klopft. So ein Känguru? Hä? So ein Känguru? Mhm. Das ist in Australien voll oft so, dass deine Frau von einem Känguru ausgespannt wird. Ist das so? Ja. Fast. Du darfst das Gnus ja mit einem Känguru zusammen, die wohnt jetzt da. Alter. Bei dem Gnu ist ja. Äh. Alter, ist das... Jo, was hat denn so Krallen, Alter? Guck mal, wie muskulöst ist dieses Tier, siehst du das? Alter. 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 Ist das GTA? Das ist GTA, ja. Nice. Darauf erstmal Champagner, Alter. Ähm. Also ich... Ja, Dubai halt, ne? Junge, wie kann man denn... Seit wann sind denn Großkatzen so... Was ist denn jetzt mit 2019 passiert, dass Großkatzen auf einmal so zutraulich sind? Holy shit, man. Digga. Jede normale Straßenkatze kratzt nicht und die chillen mit Tigern. Was soll die Scheiße? Will ich eh nicht. Alter. 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 Was sind das für riesen Dinger, Junge? Was ist das? Alter, die Gewässer um Tschernobyl sind auf jeden Fall nicht safe, Junge. Das ist... Alter. Alter. Aber... Wieso sind die so groß? Das können wir auch schon. Nein. Das Konzentren PROFIEs ist einfach so... Ich bin Jack Minot. Ich bin Ich bin der Founder, CEO von Jacks Stands und Marktplätzen und ich bin aus Denver, Colorado. So, meine Eltern haben mir 1.000 Dollar geholfen. Sie halten so ein Kind. Er ist ein Idiot, er ist ein Kon-Artist. Er ist so ein Kind und er rostet einfach bei Höhle des Löwen. Geil. Geil! F*** dich, Brombo. Du bist ein F***er. Geh die F***er hier. Oh! Er ist ein Idiot, er ist ein Kon-Artist. Kevin, fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich nicht schlecht. Ja und? Jetzt habe ich Geld in der Karotte verste... Wem bringt das irgendwas, Alter? Wem bringt das irgendetwas? Was soll denn das, Alter? Was bringt das? Was ist das denn? Was soll das? Was soll das? Hä? Warum macht man das? Was soll denn das? Ich habe mir auch. GameStop halt, ne? Wahrscheinlich hat er irgendwie nur 20 Euro für sein Spiel bekommen. Was? Oh nein! Warum immer? Warum war Tyler One? Warum? Warum? Was? Half-Life, Junge. Oh nein! 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 Hast du gesehen? Ach so, dass es wieder zurück geht. Das wäre bei König der Loben so geil gewesen, König der Loben, oder? Oh, Junge, Alter! Was? 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 I'm sorry, I'm sorry! I'm sorry! What if you wanted to go to heaven, but God said- Ja, was machst du dann? Was machst du dann? Sag's mir, Alter. Man kennt Bernie Sanders. Eins auf. So, I let my girlfriend borrow my AirPods. And when she gave them back, they looked like this. So, I immediately did what any reasonable person would do. I clicked. Come here, girl, let me touch a fire bite. Fire bite, give it. Da ist er wieder, fucking Thanos. You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Aaaaaaah! I know you're a comedian. You've been working on any new materials. Just tell us a joke. Okay, erzählen seinen Witz. Dash of Clans, das oder? BANG! Hahahaha! 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 Ihr bist ganz froh! So! Good morning! AHAHA! Merry Christmas! Ja, ich würd' sagen, wir... Gut, Leute, ich würd' sagen, ich wünsch' euch alle noch... ...Fro Weihnachten! Bis zum nächsten Mal.